Ich liebe Animationsfilme vor allem, weil sie einem unglaubliche Handlungselemente, unglaubliche Charaktere, die für einen Realfilm wahrscheinlich kaum mehr zu realisieren sind, einfach in digitaler Form präsentieren können. Und Megamind ist meiner Meinung nach schon fast die Krönung dieses Teils in Bezug auf Superhelden und Superschurken. Alles in dem Film ist so herrlich, einerseits klischeehaft, andererseits überzogen. Der Film bietet so viel, was man aus anderen Filmen, Videospielen, sonst was kennt und überspitzt das derartig großartig. Der Hauptcharakter Megamind ist fantastisch und einfach jede Minute des Films hat mehrere Lacher zu bieten. Es wird der Film zu keiner Sekunde langweilig und das ist für mich das Beste, was einem bei einem Film passieren kann, dass er einfach durchgehend unterhält, durchgehend den Zuschauer mehr oder weniger mit neuen fantastischen Ideen bombardiert, seine Charaktere dabei nicht außer Acht lässt und weiterentwickelt. Und eigentlich, abgesehen von meiner Meinung nach relativ schlampigen Anfang, dem Zuschauer eine filmische Realität präsentiert, in dem alles das auch akzeptabel und annehmbar ist. Der Film ist lustig, der Film ist spannend, der Film ist mehr oder weniger atemberaubend, temporeich und in meinen Augen ist Megamind einer der besten Animationsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Unbedingte Empfehlung! Untertitelung des ZDF, 2020